St. Andreas Nowena Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde lehre ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten durch Jesus Christus und seiner seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde Zu dieser Stunde flehe ich dich an Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche Erwähnen sie hier ihre Absichten durch Jesus Christus und seine seligste Mutter Amen Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit Amen Maria mit dem Kindelieb Uns allen deinen Segen gib Vielen Dank.